Was wäre eine Weltstadt ohne die, die sie zum Gastgeber für die ganze Welt macht? Wir sind DEHOGA Berlin. Wir sind Botschafter, Gesicht und Stimme Berlins für Millionen Gäste aus der ganzen Welt. Wir machen aus der Hauptstadt der Freiheit auch die Hauptstadt der Gastfreundschaft. Gastfreundschaft ist unser Auftrag und unser Leben. Das Gastgewerbe ist das Herz der Berliner Wirtschaft und des Berliner Lebens. Deshalb kämpfen wir für die Interessen und die Existenz einer lebenswichtigen Branche. Denn Gastfreundschaft ist gut fürs Karma und fürs Konto. Wir setzen uns ein für die Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Wir unterstützen bei Existenzgründungen, kümmern uns um die Fortbildung und beraten in allen Fragen rund ums Gastgewerbe. Wir geben unseren Mitgliedern eine starke Stimme. Wir sind verlässlicher Partner, Ratgeber und treuer Rückhalt. Wir sind die starke Gemeinschaft der Gastfreundschaft. Wir sind DEHOGA, das Herz der Wirtschaft Berlins. die Untertitelung des ZDF, 2020